. Spielst du in den Davis Cup oder spielst du in Wimbledon? Björn! Die perfekte Begegnung. Der Grundlinien-Spieler gegen den Angriffsspieler. Tennis ist wirklich kein Sport, der für alle gesellschaftlichen Schichten bestimmt ist. Herr Borg, was ist das für ein Gefühl, wenn Sie sich bewusst machen, dass Sie mit Ihrem fünften Wimbledon Sieg Geschichte schreiben? Kein besonderes Gefühl. Es fühlt sich mies an Labbel. Das Einzige, was zwischen Borg und diesem Bekorb steht, sind Sie. Ja. Sie und Borg sind so verschieden, wie Menschen nur sein können. Ist etwa Backstage und springt gleich aus einem Käfig. Meckenrow hat mehr Talent. Aber gegen Borg zu spielen, ist wie gegen eine Wand zu spielen. Wie weit willst du es schaffen? Ich will der Beste werden. Der Beste in Schweden? Nein, auf der Welt. Meckenrow hat unlängst behauptet, Borg, die Maschine wird bald zusammenbrechen. Was sagen Sie dazu? Ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin keine Maschine. Es gibt kein leichtes Match. Die Leute sagen, du schaffst das schon, Björn. Ist doch ganz leicht, Björn. Leicht ist es für keinen von uns, Björn. Die Frage, du Idiot! Beantworte die Frage! Der Ball war auf der Linie! Die Kreide ist da hochgeflogen! Sie haben vom Tennisspiel noch überhaupt keine Ahnung. Aber die Leute... Ist Ihnen eigentlich klar, dass ich für dieses Spiel alles gebe? Alles, was in mir steckt, lasse ich auf dem Scheißplatz raus. Und sie verstehen das nicht, weil sie kein Tennisspielen! Deine ganze Wut... ...und deine Angst... ...deine Panik... ...verwandle sie in Schläge. Hier drin, Björn. Hier drin! Und nun wartet die ganze Welt auf die beiden Giganten, die jetzt den Platz betreten. Wie zwei Gladiatoren. Borg. McEnroe. Duell zweier Gladiatoren. Ab Oktober nur im Kino.